Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Mail of Honor Spearhead, und zwar Part Nr. 4 Und es wird wohl anscheinend eine Schläschnacht. Am 24.10.1944, Waldirien, Adrennen, Belgien. Okay Jungs, wir sind jetzt im Feindgebiet. Bis zum Depot der Deutschen. Ehm, Moment, wir können uns noch mal was einstellen hier. Haltet die Augen offen. Wo denn? Ist ja keiner. Autsch. Fuck. Ach, da ist der Nebelwerfer. Ah, klar. Cool. Ja. Realistisch. Ich glaube, der Nebelwerfer ist das Wanted entspricht. Gut, zerstört. Na klar, mach mal. So. Ähm. Hab mal. Den geht doch, ne Kerl. Ja. Da ist einer. Okay. Cool. Ähm. Ach, ich gucke mich noch nicht so. Ach, du Scheiße. Ach, die Doten geht da weg. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Oh, Scheiße. Von wo? Von wo? Ah, hält mich bestimmt irgendwo. Nein, klar. Ähm. Das nimm ich auch noch mit. Genau. Oh, Energie läuft hier, bieb ich auch nis, Leute. Oh, fuck. Was soll ich denn das machen? Oh, die heilige Scheiße. Ah, überfahre mich genau. Oh, ich gucke mich noch. Oh, die Lutschen, Alter. Oh, ich gucke mich noch. Alter. Gebt doch noch! Ah, stirb! So. Ich fülle Paranäuer hier. Alter, wo schießt denn der hin? Vor allem da Mist, ey. Ich komm mein Ziel still. Ach du Scheiße. Scheiße. Geh. Okay. I see. Ich seh ihn nicht hier, das ist... Blin, blablabla. Ich seh ihn nicht hier, das ist... Da ist die Kaum. Ich seh ihn nicht hier, das ist... Blablabla. Ich seh ihn nicht hier, das ist... Ja, toll. Ich muss ihn schützen, um auch kalt machen. Jetzt lebe ich nicht lange. Was ist denn der? Ja, ich bin Mr. Dreist und... Guck mal hier hoch. Hallo? Tschüss. Okay. Plan B. Hm. Du, an deinem Gewehr klebt da irgendwie ne Bombe, ne? Okay. Waffe fallen! Waffe! 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 Ich klingt schwer nach action. Er hat ja Energie? Der hockt zu komisch. S 911 Täter. Ey, ist da der Hammer? Dankeschön. coldell Find ich gut, so'n Typ in sein... um Team zu haben. Aber erst noch muss ich kicken. Region 2 Erst noch muss ich kicken. Guck mal, guck mal, fang da hoch... Verdammte Mist. ja ich will sie doch gar nicht haben, könnt ihr behalten ey, habt ihrs bald im Bambal, um euren Leben ja 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 ich steh, ich hing hier fest NEIN scheiße fuck, wer schieß denn hier noch ja, leck mir alle am Schuh, ey den trefft mich doch eh nicht auf schön schwanz Gesicht na Da haben wir irgendwie sowas von klar. So, ich atfe mich um euch auch kalt. Kurz speichern. Einmal ins Gerand rausholen. Mann, ich komm ja nicht mehr aus diesen scheiß Bogen raus. Danke. Da hätten wir so nass. Oh, ich schätz mal, er ist tot. Okay, wenn wir jetzt mal den langen Weg gehen. Ach du Scheiße. Die mal wieder einen Granaten umschmeißen sind, ist der Hammer ey. So. Und da. Ein Panzer. Wer hätte das gedacht? LADNACH! Ok, der wird zu schnell nicht nachladen. 3B AAH! Das Spiel ist verpackt! Ah man, das schaffte mich noch nicht so! Ein Mist! Verdammter! Probe ich hier vorbei, um die bekämpfen zu müssen? Ich muss mir die Gefahr natürlich! Schauen wir mal! Ob wir hier durchkommen oder nicht? Richtungsleicht, das nicht! Wow! Der Knackmaker wieder gefunden! Ob wir ihn noch benutzen können ist auch ne Frage! Was ist das? Was ist das? Ey, das will ich voll kacke! Ich will hier rauflaufen und hängen irgendwie fest! Da! Ich hänge hier fest! Jetzt nicht mehr! Das ist komisch! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das gibt mir Energie! Danke! Ich werde nicht gut! Ähm... Was ist das? Habt ihr ihn gefunden? Da liegt bloß ne gewisse Strecke! Oh nö! Ich fülle Alarm! Oh Gott! Ich hab Angst! Papa! Also hier drüben werde ich wohl kein Necker befinden! Ich muss irgendwie raus! Da! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was ist denn damit? Ich hab' nichts mitgebracht! Gut! Anscheinend kann ich die nicht benutzen! Mann! Mann! Lutschen! Oh, der Mist! Ähm... Ich brauche doch meine... G! Mein verdammtes Bordgegen meldet sich! Das ist wieder klar, dass meine Zeit nicht abgelaufen ist von dem Display! Verdammt! Das müsste ich langsam mal ein LKW finden! Ja, ich will wieder versuchen meine Parts in 15 Minuten... zu bringen! Genau, den letzten Parts, die ich bekommen habe, war das immer so in dem Dreh, 15 Minuten und ähm... das soll auch weiterhin so bleiben! Das will ich auch ein bisschen bei Al zocken! Und... Boah, ein Kack aus dem Pümpel! Boah, das Klo spielt dauernd! Ein Dauerspielsystem! Ich hab' ein LKW gefunden! Ich hab' ein LKW gefunden! Ich hab' ihn ja auch... Anrechte auf diesen LKW besitzen! Yes! Find' ich gut! Also, halt, mal sieht's im nächsten Part! Ciao, ciao!